ich stelle jetzt mal keine fragen okay ist versperrt ich sage ich finde das spiel zu geil einfach ich stelle einfach keine frage ich finde es einfach geil wirklich zu geil habe ich da auch einen gegenstand ich habe schon viele gegenstände okay jetzt weiß ich auch auf jeden fall gelohnt der wiki das auch noch was hier wenn da jetzt noch der rosenkranz werden wäre schon mal richtig geil abgeschiedenheit suchen das ist der rosenkranz aber ich bin richtig geil geht gleich weiter nur wenn wir uns den rosenkranz erweitert das ist der rosenkranz erweitert das ist der rosenkranz erweitert nein das ist keine rosenkranz erweitert ich habe dabei den rosenkranz dran hat ist sie die rosenkranz tanze die wir brauchen auch auf der karte angezeigt eine schütte ich bin gar nicht angezeigt hier das steht für mpc ist diese auch gut gibt es ja noch mehr zu entdecken da ist noch was da ist die mit dem rosenkranz perfekt ich habe sogar zwei schon oder hallo gleich noch mal ich glaube hier geht es bestimmt weiter als wir erst den anderen weg das wird der wegs angezeigt die meiste sachen wurden die nämlich gar nicht angezeigt das ist der bestrafte da geht es schon mal nicht weiter irgendwie da oben wär was aber das seil müssen wir auch irgendwie zerschneiden können aber praktisch nur wie sonst das die 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 geil wie wird das angesetzt servus egal ob ich schon machen ach und er fährt dann hoch nicht Ich muss ja ihn selber vorstellen, oder? Ich muss ja ihn selber vorstellen, oder? Ich muss ja ihn da hin. Den letzten. Nein, das geht nicht, das ist Quatsch. Haut so nicht hin. Den in der Mitte tun wir in die Mitte, natürlich. So logisch, oder? Den positionieren wir hier, dann kommt er nämlich da hin. Eben fähig hier. Kommt noch gar nicht hoch, ohne Doppelsturm, oder? Da kann man es so hoch... Das? Ja, halt kommt nicht mehr. Die kommen da eh nicht. Doch, die kann erst kaputt machen, das eine. Ja, das ist gut. Ich von da halt. Was? Ja, gleich. Gleich. Du kannst das auch durchsetzen. Ja, das ist gut. Ja, ich weiß nicht. Wenn du mal dagegen verschraust. Ja, ich weiß nicht. Okay, ich weiß nicht. Ja, ja. Ja, ja. Mach mal. Okay. Mach mal, mach mal. Mach mal, mach mal. Ich bin gleich wieder da. Also, wir probieren es jetzt einfach mal. Was habe ich denn zu tun? Da unten habe ich schon mal gesehen, dass da unten schon mal was auf uns wartet. Das ist auch einer. Erst mal probieren, ob das wirklich funktioniert. Jetzt. Oh, spinns doch. Huh. Geil. Der Handführer. Jetzt muss ich überlegen. Ach, das ist nur ein Shortpack gewesen, oder? Ja. Das war ein Shortcut. Die Fische weg. Kein Shortcut. Das ist ein Gegenstand. Quatsch. Nichter Boss müsste jetzt gleich kommen. Der Big Boss. Oh, zwei Stück schon. Okay. Ich hoffe, ihr merkt euch das im... Oh, cool. Cool. Das ist für unseren Typen da, für... Wie heißt der? Bildhauer, er jetzt hat. Geil. Da haben wir gleich einen Meister für unseren Bildhauer. Den haben wir ja schon gefunden. Den Hammer haben wir ja schon gefunden. Den Hammer haben wir ja schon. Jetzt haben wir den Meister auch noch. Geil. Da oben war mein... Aber da oben ist auch... Okay. Jetzt sind wir doch weiter oben. Ne. Schmeiß mal da rüber. Was ist denn? Was ist das? Das? Hallo? Hallo? Wer seid denn hier? Alter. Oh, ich hab ne Münze. Wir sind mit uns. Wir werden dich durch die Dens... Ja, ich wollte gerade sagen, ich hab ne Münze gefunden. Na klar, hier. Jetzt, Ray. Liege auf der kalten Stein... ... und lass die schwarzen Karten dich entfalten. Okay. Und wo bin ich jetzt? Hey, da war ich mir schon mal. Hier bin ich... Oh. Okay. Okay. Figur... ... des Sinus-Mists. Figur. 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 Okay, hat sich das gelohnt. Schauen wir mal. Uh. Noch ein Schnell wechseln. Bäm. Doch. Schmeerer. Das Gift der Eifer so gut, oder? Ich schwör, dein Mevento. Oh. Schlecht. Glocki Scheiße. Stattwesten segnen den Hafen. Ich erzähle euch auch. Da brauchen wir euch. Na, nehmen wir einfach mal das Gift. Das Gift der Eifersucht. Das rif delicious. Ist.